Hallo und herzlich willkommen zum Minecraft Season 11 und ja hier so eine kleine Pre-Unmod, weil einerseits ein paar Infos braucht, einerseits wie wird es jetzt weitergehen, weil wie ihr gegebenenfalls wisst, ist das Elden Ring Let's Play durch und ich werde sehr wahrscheinlich nicht mehr täglich Videos bringen, das heißt ich werde ein bisschen mehr Zeit in zum Beispiel sowas wie Minecraft oder Karma investieren, zumindest in das Schneiden der Videos. Natürlich gibt es aber auch zwischendurch noch einfach so Rede-Episoden wie beispielsweise Survival, SMP oder Age of Empires oder so. Des Weiteren wird auch Elden Ring PvP in Zukunft kommen, ich muss aber erstmal alle meine Builds etc. vorbereiten, ich möchte das in Ruhe machen, weil ich gleichzeitig auch meinen Guide dafür erstellen möchte. Dann ein bisschen zur Minecraft Season, die war jetzt nicht, sage ich mal, so besonders, ich habe ein bisschen ja mit der World Border rumgespielt, war, finde ich, ein bisschen langweilig, weil so viele Leute da waren, was natürlich nicht schlecht ist und an der Stelle riesen, riesen Dank an Noah, der natürlich jetzt auch mein Teammate war, der sehr, sehr viele Leute mit dazu geholt hat. Und riesen, riesen Dank, Ehrenmann und ja, es tut mir echt leid, dass es halt relativ langweilig war. Ich habe schon jetzt, heute, einen Tag später Änderungen vorgenommen, die alles sehr, sehr viel besser machen oder besser machen sollten, auch ein bisschen besser für Leute, die halt neu zu Minecraft dazukommen. Dann, aber warum ich trotzdem die Season bringen möchte, allerseits, weil ich jede Season bringe und Gabri hat mir ein Texture Pack gemacht, ein kleines Meme Texture Pack, danke auf jeden Fall an ihn, war auf jeden Fall sehr, sehr ulkig und ja, schaut es euch einfach selber an, ich habe meine erste Reaction bis zum Ende mit aufgenommen. Er meinte auch, er wird da ein paar Sachen noch weiter hinzufügen, ich habe seinen Link zu seinem Stream auch mal oder zu seinem Twitch-Kanal auch in die Videobeschreibung gehauen, schaut gerne vorbei, macht echt coole Sachen, genauso wie halt eben zu Noah, der da mich sehr supportet hat. Also, schaut die beiden auf jeden Fall mal an, machen echt coole Sachen, sind sehr, sehr coole Dudes und ich hoffe, dass dieser, sag ich mal, Stil oder diese Zusammenfassung der Season euch gefällt. Schreibt mir das gerne in die Kommentare, ob ich jetzt auch in Zukunft sowas weitermachen soll oder einfach die Season hingeklatschten, hochgeladen Style einfach bringen soll. Irgendwann ich länger, ja, euch aufhalten, deswegen lasst uns mal mit der Season beginnen, viel Spaß! Was? Äh, in der Zwischenzeit, wo ich auf dich warte, aktiviere ich mal mein Texture-Pack, mein Kumpel. Notfalls muss ich mein Dings, äh, mein Texture-Pack rausmachen. Oh Gott, ich bin gespannt. Äh. Was denn? Okay. Leute, willkommen zu einer Runde Minecraft mit Pain, hallo. Hi. Das wird, ähm, meine Anbots sein. Das war aber zu random. Ich hab das nur gerade gefühlt, dass das Logo da war. Gar nicht! Aber, ohne Schau, ist das eigentlich, ich weiß es gar nicht mehr, wenn Kills fallen, hat das dann den Sound? Äh, ja. Pain hat eine ansteckende Lache, das kann sein, ja? Vor allem, wenn man nicht weiß, warum er lacht. Äh, ja, ich hab halt das Sexture-Pack, äh, von meinem Kumpel drin und die Schweine sind Among Us-Figuren. Oh Gott! Und auf der Kurve hat dieses reingeschaut. Oh mein Gott, Hilfe. Ich bin gespannt, ich hab keine Ahnung, was noch mit drin ist. Okay, es scheint alles funktioniert zu haben. TPS 20, ja, das war ja mal eine Zeit lang ein Problem. Alright. Hi, Sticky. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Yes. So. Let's go. Okay, let's go. So. Wow, Luca. Was denn? Äh, nix. Oh Gott, hier ist Lava, ich will da gar nicht drüber hüpfen. Achso, Luca ist zum Zweifel. Wow. So. Mach direkt Steinwerkzeug. Und ich hab eine neue Tastatur und eine neue Maus. Gibt es? Ja, wollte ich auch schon seit Ewigkeiten mal haben. Das Problem ist einfach, äh, ich weiß halt absolut nicht was. Ich hatte eine Wunsch-Tastatur, die wurde mir aber von allen abgeraten. Von Razer hab ich das Gefühl, dass die neuen Produkte irgendwie alle Trash sind. Das sagen zumindest die meisten. Äh, und diese, die weißen Sachen, die ich haben möchte, die gibt's bei uns im Land sowieso irgendwie gar nicht. Oh mein Gott, guck mal auf Tap, wie viele Leute schon low sind. Junge, Jeremy und Angie, was habt ihr gemacht? Oh nein, scheiße, ich werde auch abgeschossen. Oh nein, Meli ist tot. Perfekt. Junge, was macht ihr denn? Alter. Ja, ich weiß auch nicht, wie kriegt man denn sowas hin? Oh Gott, okay, das ist ein Skelett. Nee, warte mal, ich sag gar nichts. Hilfe. Okay, das war echt grad scheiße, ne? Ja. Wo bist du eigentlich? Oh, jemand ist pennen gegangen. Danke. Oh, nice. Oder? Das geht? Nee, nee, nee. Ja, es geht, aber ich glaub, es war, äh, es ist tatsächlich einfach nur der... Oh, ich wird geschossen. Jetzt ist es zum Glück. Hey, was ist das? Ich weiß es nicht. Wieso habe ich ein gebratenes Fleisch? Was ist denn los? Äh, nichts. Äh, wie ist denn das mit Cross-Teaming eigentlich? Das haben mich ein paar Leute gefragt. Ah, nee. Nee, ne? Ja, finde ich auch besser so. Finde ich auch besser so. Also, man muss immer unterscheiden zwischen Strategie und, also, ob du halt jemanden nicht angreifst, weil du ihn zum Beispiel gegen den Gegner brauchst. Ich finde, das ist ein Unterschied. Weil wenn du halt bewusst jemanden ignorierst, ist es halt... Ja. Äh, Just Noah, ich hab deine... Ich hab deine Dings nicht verstanden. Ich bin runter ins Wasser. Hier unten ist ein Minenschacht. Äh, ja, farm du mal eisen. Soll ich noch... Sollen wir noch Äpfel holen? Äh, mach ich am Anfang nie. Mach ich erst am Ende. Ich guck ganz selten Streams, wo Leute keine Facecam benutzen, einfach, weil ich das halt einfach nicht mag, wenn ich die Person dahinter nicht kenne. So, keine Ahnung. Wie sieht es mit VTubern aus? Fah, ja, ich... Ich finde es cool, dass es funktioniert, technisch. Aber ich finde es halt auch scheiße, wenn man nicht weiß, wie die Person aussieht. Wenn man weiß, wie die Person aussieht und die Person macht so Spaß, finde ich es nice. Sonst finde ich es halt doof. Es gibt manche Leute, bei denen es einfach cringe, wenn sie VTuber machen. Oh boy, here we go. Ich kann es aber jetzt auch gar nicht erklären, wieso. Keine Ahnung. Oh, Hass. Oh wow, Stara. Ich wusste es, dass Stara nicht lange überleben wird. Das war mir irgendwie klar. Und der erste Kill. Oh, nice. Und der nächste Kill. Wissen Sie, ich mach mal meine Öfen. What the fuck? Was denn? Du hast keinen Schaden bekommen. Was ist passiert? Äh... Was? Eine coole Kiste? Was ist mit dir, Junge? Was ist das für ein Geräusch? Also, wäre klar... Das ist so laut. Sag Payne bitte, dass Kommunikation das Wichtigste im Team ist. Ja. Also, wie eben erzählt, ich habe ein Texture Pack und da kam so ein lautes Stöhnen. Okay. Du wolltest wissen. Hier, Schild. Hinter dir. Das lag bei mir gerade. Weil, ja, keine Ahnung. Ich finde halt, wenn man sich in den Internet... ... 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 Run, 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 run. Jetzt wollen wir hier auch noch ein bisschen rasieren. Ähm, tonloses Tod. Och komm, was macht ihr denn? Och, Junge, weißt du, ich hab eigentlich gedacht, ich hab hier so ein paar Sweats mit ins Beuge genommen, aber nee. Somit haben Zombies zwei Kills. Ja, das ist so geil. Leute, die Zombies haben zwei Kills um euch gemacht. Und Antis einfach zu verraten. Hast du dich da vorne reingekommen? Run, 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 run. Ich höre ich gerade nicht. Ich höre die ganze Zeit, he's behind you, run, run, run. Das ist sehr sehr laut. Ich höre das, glaube ich, durch dein Headset. Was ist das für ein gruseliges Texte-Back, was du da hast, what the fuck? Es ist einfach cursed. Habt ihr es. Eins. Ein Stück. Och, Getschen. Poggers. Ich hab mal einen Spanner gefunden. Sehr schön. Es ist so laut. F an Team Mods. Ich habe einen Lavasier für minus 53. Tell mir, du kannst dich ja bestimmt noch an den Clip erinnern, wo ich mich hochgebaut habe. Und dann kamen Zombies in mich reingesprungen, ganz viele. Und das war mein erstes Minecraft, das ich jemals gespielt habe. Was ist los? Yankee with no Brim. Nee, Goldapfel. Ah, nice. Wollen wir nicht weiter runter, weil... Ja, ich war schon ganz unten. Weiß nicht, soll man das Stripmine? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir müssten, warte. Auf Höhe minus 54 Stripmine. Kannst du mal Öfen aufstellen? Klar. Fuck, was war das denn? Ja, du stehst auf einmal vor mir und machst so Lava-Geräusche. Öfen stehen, ich höre beide mal Kohle rein. Habt ihr's? Also der erste mit Dias war ich, glaube ich, nicht, ne? Nee, nee, nee. Warte, ich höre noch einen Zombie. Nicht, 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 nicht. Ach, okay. Hier ist er nicht. Hi. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Ich glaube, du solltest die Mobs mal deaktivieren, dann gibt's mehr Kämpfe. Ja, ich sollte vielleicht einfach komplett Schaden nehmen, deaktivieren anscheinend. Aber kannst du es echt mal ausprobieren? Wir sind jetzt noch, wie viel, wir sind jetzt noch genau zehn Spieler. Wir waren vorhin über 20. Ja, die Leute sollen mal ein bisschen hier, nicht so... Ja, was ist los? Äh, hab's hinbekommen. Nee, nee. Äh, ein Creeper ist direkt auf den Straf gefallen beinahe. Oh Gott. Weniger Mobs werden bei Michael Kuss. Ja, was solltest du eigentlich mal machen, Payne? Weil, auch wenn es noch so witzig ist und schwer ist, ich glaube, wenn es mehr Fights gibt, am Ende ist es noch lustiger. Ja, warte, ich komme mal zu dir runter. Warte mal kurz. Hast du mir zugehört? Ja. Ihr Change Request wird bearbeitet. Oh, 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 noch mehr Dias. Oh, lol. Versteh, ich versteh schon, ich mach hier nur den Grundriss. Alter, ich hier unten, bei diesen dummen Steinen, würde ich niemals meinem Leben Namen sehen von anderen Spielern. Eigentlich müsste ich mir einen Tech-Shirt-Back holen, wo die Steine hier auch normale Sclean-Stone sind. Hey, willst du eine Thorns-Brustplatte? Nee, gar keinen Bock. Echt nicht? Nee, weil die wird so schnell kaputt und das überseh ich dann. Auch wenn die ja noch Protection hat. Nein. Das ist voll nervig, weil da wirst du so gebremst, wenn du so Schaden bekommst und dann läufst und das könnte halt voll eklig sein. Hallo Falli. Ja. Du wirst nicht gebremst. Ah, nee, blöd, die Person, die hittet, wird gebremst, glaube ich. Hallo von dem Toten Samu. Hey, ist doch voll gut. Ist doch voll gut, oder? Ja, gib her halt dir selbst. Alles gut. Ich brauche nicht. Ich habe andere Brustplatte. Ja, dann gib her. Ach so, so ein Ding ist es also. Ja, ja. Verstehe. Du hast jeweils... Hast du denn den Charter mitgenommen? Äh, ja. Was hat das denn jetzt? Ich bin erschrocken. Lol, ich sehe Dias an der Decke. Ja, ich habe jetzt sieben Dias. Also kann ich mir einfach eine Hose machen? Ähm, ja, gerne. Ich habe sechs Dias. Gut. Habe ich getan. Gucke mir nebenbei Clips von dir an und finde es immer wieder mega funny. Ja, ich glaube, ich sollte mal alle meine Quitschlips aussortieren und einfach mal auf TikTok hochladen. Ich habe auf TikTok so lange keine Clips mehr gepostet. Das wollte ich eigentlich aktiv machen. Aber ihr wisst ja, wie das bei mir ändert. Aber kann ich vielleicht nach dem Stream noch ein bisschen machen? Wow. Äh, ich bin weit über die ganze Zeit so auf Höhe 11, weil hier irgendwie voll viel Gold ist. Also ich bin ein bisschen weiter weg von dir, denke ich. Also ich würde sogar sagen, dass wir bald nach oben gehen und uns treffen und Äpfel farmen und ein bisschen enchanten und kombinieren und so. Äh, ich überlege, ob wir die Porta-Massimplaner machen wollen. Nicht, dass wir jetzt da gleich noch mehr Leute verlieren. Äh, warte, ähm. Wir haben doch keinen einzigen anderen Spieler gesehen, ne? Okay. Aber meinst du jetzt Instant-Kleiner? Nein, 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 nein. Langsam kleiner. Okay, die wollen lieber länger spielen. Boah, ist das Lappen, Alter. Execute Order 66. Boah, ich hatte heute so eine schlimme Kunde, ne? Die hat sich Druckabadronen bestellt. Ich bin tot. Brr, 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 brr. Ähm. Oh, man. Ähm, jetzt weiß ich mal, wo deine Sachen liegen. Ähm. Weißt du das irgendwie? Ähm. Bitte finde es heraus, das ist aufgenommen. Ähm. Ich will mich jetzt hochbauen und dann zu deinen Korts laufen, weil ich will meinen Enchanter wieder haben. Ähm, ja, beeil dich. Ja, ich muss mich aber selber mal hochbauen. Ich kann mich jetzt nicht unterirdisch zu deinen Korts graben, ich bin zu viel zu weit weg. Oh, hier, ich hab's. Äh, die genauen Korts. Nein, nicht sagen, schreib mal, dann kann ich's auch ablesen. Äh, ja, ja, ja. Sonst steht da am Ende jemand anderes. Minus. Zwo, acht, vier. Jogi, soll ich nicht sagen! Drei und zwanzig. Ach, du bist doch so ein Keck, Alter. Ja, ich hab dir die Korts geschrieben. Ja, danke, du hast sie auch mehrmals erwähnt. Okay, mit deinem Stuff habe ich jetzt echt guten Stuff. Ich hoffe halt nur, dass ich das irgendwie... So. ...nutzen kann. Irgendwas zu deiner Verteidigung zu sagen. Äh, ja. Ich glaub nicht eigentlich. Ich will gleich jemanden so wegflanken, ne? Aber es kann ja eigentlich keiner wissen, wo ich bin. Boah, Zeitboden mach ich mir auf. Uff! Was denn? Ich hab Angst von deinen Geräuschen. Ohne Scheiß immer wieder das Gleiche. Was machst du denn? Na, ich mach die Border kleiner. Ja, aber nicht so, dass ich jetzt gleich tot bin. Nein, bist du nicht. Alter! Warum ist mein Schild fast da? Ohne Scheiß, Alter. Du bist so ein Keck, ne? Alter. Ah, da ist auch schon ein Wald perfekt. So, dann hau ich jetzt all meine Kraft in den Öfen. Bei welcher Koordinator sitzt grad die Border? 850. Und wie schnell schwingt die? Schnell. Ja, Junge, dann muss ich weiter 00 laufen. Nein, es passt. Ich guck einfach, dass du noch drin bleibst. Alter. Guck, dass generell alle. Alle drin bleiben. Was ist das? Lord. Carsten mit Farlehne. Heißt du wirklich Carsten? He's behind you, run, 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 run. He's behind you. Run, 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 run. Heißt du wirklich Noah? Kenne ich seit sechs Jahren, aber nein, erst mal Name. Name, wie heißt du? Hä, es gibt immer noch, also es gibt, klar gibt es Leute, die man immer noch nicht per Vornamen kennt. Oh Gott, das sind, äh, oh mein Gott. Oh, epischer Kampf, incoming. Weiß ich halt nicht, ob die Healing haben, ne? Nee, die haben, glaub ich, kein Healing. Oh, ich bin mit Kopfwebs, Alter. Heil Noah! Ah, ich bin gleich tot, glaub ich. Die hab ich jetzt nicht kommen sehen. Ausrechnen gegen den dümmsten Schwitzer. Uff. Oh. Kick den, kick den runter. Nein, scheiße, ich bin runtergeflogen. Uff. Heil dich. Geht nicht. Brutforce durch. Hä, sie lassen mich in Ruhe, okay. Okay. Irgendwie ist das Balancing zwischen geordnet, also, oder, zu viel Chaos und zu wenig Los. Bei Minecraft und Kammer außer Kontrolle. Bei Minecraft, gut, das liegt halt an der Board, die ich geändert habe. Lol. Oh, lol. Okay, ich muss zum Spawn gehen. Vielleicht. Oh, Mann. GG. Ja, jetzt muss ich halt gegen die fighten. Weißt du, das, ich wusste am Anfang, dass es so alt wird. Ey, das Fisch gibt ja auch noch. Ja, aber ich weiß nicht, wo der ist. Noah. Ja. Schaffst du. Es wird kein Video, Louis. Mann, ja, ich werde eh ohne Kill da rausgehen jetzt. Vielleicht versucht die, du hast ja links von dir da diese, äh... Ne, die sind zu gut. Ja, aber du kannst die doch bestimmt irgendwie so outblenden, dann one-on-one doch. Nein, nein, nein. Wenn die, wenn die mal ins Stream gucken, schon gar nicht. Warum bezeichnest du, dass es Keks? Bei der Sweat-Seite, weil ich genau gewusst habe, wenn ihr mitspielt, dann ist das Game eine Katastrophe. Also ich glaube, das Problem... Hallo, ich... Was ist... Oh, we... Boy. Ey, das war richtig gut. Mach's nochmal, das... Lol, mach das. Die werden das locker nicht checken. Doch, die haben es doch gerade gesehen. Der eine ist in meinem Chat. Nein, haben sie nicht. Der eine ist in meinem Chat. Dann kannst du offiziell sagen, dass sie nur gewonnen haben, weil die zugeschaut haben. Außerdem ist Kek bei mir kein Schimpfwort. Das ist einfach nur Kek. Ja, lass einfach kämpfen, komm Scheiß drauf. Ich bin auch angewinden verloren. Oh, er gibt dir einen Dia-Helm. Achso, ja, okay. Doch ein Happy End und alle ehrenvoll, wenn jetzt nicht der Creeper von hinten kommt und dich umbringt. Wert habe ich sogar ein besseres, aber Dankeschön. Oha, siehst du? Happy End, doch alles friedlich. Ja, ja, es ist doch alles friedlich, aber was hätte ich denn, was habe ich denn für eine Chance? No, wir sind friedlich, ja. Kommt dazu, wenn ich 100 FPS habe. Wir sind friedlich. 100 FPS ist es nicht gerade wenig, aber auch nicht gerade viel für mich. Frag mal Alp, wie viel FPS er hat. Ne, Moment, Alp hat einen neuen PC mittlerweile. Alter Schwede. Weiß ja doch, sind Healing nicht. Aber wenn dieses Freund zu schnell kam, dann ist es nicht so. Ja, eine nur. Nein, geht nicht. Ich glaube, man kann an einem gewissen Punkt einfach gegenhealen, oder? Ich möchte Pay mal aus, äh, Chiaki-Pock. Okay. Ja, Jeremy können wir gerne machen. Ich spiele jetzt in Runde 1-16 Skywars, wobei ich muss jetzt irgendjemanden killen, um das auszugleichen. Willkommen rein, höre Hu... Julian, ich war gestern bei, äh, wie heißt er nochmal? Ne, ich meine natürlich keine Beleidigungen im Ernst, nein, nur zur Info. Aber ich finde ein bisschen Abfuck, dass ich jetzt nichts in diesem Beug gerissen habe. Aber Ehre an dich, dass du Spieler reingebracht hast. Das ist immer gut, ja? Ja. Auch wenn es super lost war dieses Mal, weil sehr, sehr viele an Mobs gestorben sind. Ich war schon schlafen, sorry. Warum bist du denn, warum bist du dann in der Zuschauerliste? Ich glaube, wir müssen nochmal da hinzukommen. Nee, ich werde auf jeden Fall ein paar Sachen dann an Mobs ändern, I guess. Okay. Und die Worldboarder kleiner machen vielleicht am Anfang. Will. Leck nennt man das. Hast du deine Sachen an, wenn du schlafen musst, oder was? Fuck. Hä, schläfst du nicht mit Schuhen? Nee, ich... Hä, dann sind die Füße... Why? Ja, und beim Bett kann ich waschen. Ich hab kein Schild. Junge, Mann! Und es hat mich auch ge... Ich hab dich ja auch in Space-Stream gesehen, deswegen... Ich hab... Ich wusste, du hast irgendwas mit ihm zu tun, weil er Genschen spielt. Und ich bin nun mal ein Stalker. Weiß eh, oder? Pan, ich würde mich mal verabschieden, weil ich gucke jetzt ein Video und dann spiele ich so einen Götter. Danke, danke, danke fürs Mitmachen und danke, danke, danke fürs Organisieren der Leute. Ja, ich hatte richtig viel Spaß. Aber es tut mir so leid. Ich hab actually das halt nur so damit getestet, wenn halt wie immer nur ein paar Leute mitmachen. Deswegen war das halt so ein bisschen broken. Aber ich guck mal, ob ich irgendwas mache, damit es ein bisschen anfängerfreundlicher ist. Das akzeptiere ich einfach mal. Ja, ich denke irgendwie in zwei, drei Wochen werde ich nochmal eine Ohne machen. Nächste Woche ist Karma, wenn du wieder Lust hast. Aha, sehr witzig. Oh Mann, ich hab die Hunter-Rolle halt extra für dich gemacht, damit du richtig viel PvP... Nee, wirklich. Ja, aber, 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 das... Ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, aber ich hab keinen Bock mehr in den Takt sowas. Hä, du kannst dann richtig viele Leute töten. Ja, mal gucken. Das ist extra so mit... Jetzt guck mal, ich hab den Kompass da eingebaut und... Wenn du halt weit weg von Spielern bist, kriegst du Speed, damit du ganz schnell da hinkommst. Ja, gucken wir mal. Wird ja lustig sein. Dieser Kastmann soll immer wieder Day Defense machen. Wenn ich Urlaub mache... Ha! Jokes on you. Ich hab seit Anfang des Jahres keinen Urlaub gehabt. Okay, ich bin dann mal weg. Hab dich sehr lieb. Gute Nacht. Hab dich auch lieb. Gutes Nacht. Tschüss. Tschüss. Gute Nacht. Hi Troien. What did you do? Hi Troien.